Ich habe total vergessen heute was zu posten, weil wir den halben Tag auf dem See waren und ich das Telefon einfach mal nicht mitgenommen habe, weil ich wollte nicht, dass es nass wird, dass es den Arsch geht und deswegen haben wir einfach mal den Tag für uns genossen. Kein Instagram, kein Shit, kein nix, kein gar nix. Jetzt haben wir gerade mal auf, wir sind auf dem Rückweg jetzt, wir haben auf zwei Kilometern 200 Euro ausgegeben oder ich glaube sogar fast ein bisschen drüber, weil wir erst so ein paar Terrakotten, äh Terrakotten, Terrakotta-Wasen oder so ein Kram gekauft haben, die ich aber euch zu Hause zeige. Dann hat meine Frau noch zwei Olivenbäume gekauft und einen Libettenbaum und jetzt haben wir gerade an so einem Spezialitätenladen angehalten und haben noch Nudeln gekauft, Schinken gekauft, Salami gekauft, bla 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 bla. Oh, das war's. Ich sag mal so, mit Hunger einkaufen ist schon blöd, aber mit Hunger auf einer Raststätte einkaufen, das ist richtig dämlich. Susi und ich haben gerade mit einem Fresh Flash auf eine Raststätte eingekauft und haben gerade 30 Euro gedreht gepasst, Alter. So bekloppt kann man gar nicht sein. Aber was soll ich sagen, ne? Geht weiter Richtung Heimat. Bis später. Äh, 700 sind glaube ich, äh, noch im Anschlag. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später.